Hallo Leute, hier ist Pyro Alarm. Heute stelle ich euch die Color Flasher von Komet Feuerwerk vor. Das sind ganz gewöhnliche Blitztabletten. Die NEM beträgt hier ca. 11 Gramm. So sehen sie aus. Die kennt man ja, würde ich sagen, zählen wir mal zwei Stück davon. Bis gleich. Und jetzt die Color Flasher von Komet. Komet. Schönheit.